UNTERTITELUNG Wenn er mit mir kommt, wird er runter. Haza, geil, ist ein Drittel. Jetzt kommt Haza, hey! Ich will auch noch erklären, was es war. Da habe ich auch jetzt mit Kugeln gesagt. Auf jeden Fall mal alles mit der Vorgung für Spindy. Die Lugmann-Karte der Moskos. So haben wir es eben mal gesagt. Ja, genau. Der war ein bisschen böse, aber es war egal. So, Nummer 21, die Vorgmächter und Essendorf. Da hat die Kugelmusik auch dieses Jahr auf dem Ball gespielt. Da schreiben sie auch. Du? Und er hat die Vorgmächter. Was? Nein, da kommt jetzt das Kugel-Karte. Ja, da kommt das Kugel-Karte. Ja, da kommt das Kugel-Karte. Nein, da kommt das Kugel-Karte. Nein, da kommt das Kugel-Karte. Hi! Das ist die Niki. Die war vorher so lustig und hat heute meine Witzkarte. Glaubst du? Also ich muss sagen, die war vorne lustig. Die ist jetzt auch immer noch lustig. Und bei den Listern hier haben sie schon seit einigen Jahren und bei den Naderbaumaussteller. Dura Dura! Dura Dura! Nared! Dari, Dura Nared! Sag mal da. Ja, wie das sagt? Dura Dura! Dura Dura! Dura Dura! Dura Dura! Dura Dura Dura! Die gucken muss sich so wie auf diese Schulter immer noch an mit der Nummer 23! Jetzt setzen wir wieder eine Reihenfolge. Genau! Das war ein A B C! Also, das sind die Blätter des Letzner Mauerwanger. Und die haben vorher Platz Nr. 2 und Platz Nr. 3 gemacht bei unserer Verlosung. Und dann? Sollten wir noch fragen, was du kriegen kannst? Also Platz Nr. 2, ja wo ist die? Also ich meine, die lokale Wasserbetsche weiter. Ja? Der Schulbrief D und Blau die Haare. Betsche kommen jedes Jahr. Der Schulbrief D und Blau die Haare. Betsche kommen jedes Jahr. Der Schulbrief D und Blau die Haare. Der Schulbrief D und Blau die Haare. Betsche kommen jedes Jahr. Betsche kommen jedes Jahr. Und dann muss ich auch sagen, das passiert unter dem Jahr. So separaten Stundeneinigungen, denen es braucht. So lange, oder? Für die Menge. Scheißer Scherder! Scheißer Scherder! Destruf Gerda! Scheißer Scherder! Destruf Gerda! Jetzt bin ich kurz für meine Barzemeister. Ey eins, komm bitte rauf! Also ich finde, das ist ein tolles Vorbild, dass er so zum Heuschen bei der Mastergruppe war kein Befeinig. Es wär für ein bisschen. Nein, ich hau doch was. Komm! Du bist jetzt kurz. Wie wär? Du kannst hier aussteigen, Ausgleichser. Wie wär? Du kannst hier aussteigen, Ausgleichser. Du kannst hier aussteigen, Ausgleichser. Komm hoch! Zeit! Der war nicht schon ausgleich. Der war nicht schon ausgleich. Der war nicht schon ausgleich. So, also. Für mich gilt hier. Aussteigen darfst hier. Und dränken. So ist es. Sehr zum Wohle. Hast du noch ein paar Worte zu unserem Nachbargemeinde Umzug hier? Du darfst ein paar Worte sagen zu unserer Nachbargemeinde hier in Kirchdorf. Also wir sind natürlich gerne hierher zum Passersumpf zu bekommen. Und es ist eine tolle Geschichte. So zum Abschluss nochmal in Kirchdorf zu sein. Eine gute Tradition. Und die BG, unser Vorstand, unsere gute Seele seit 1999, die macht jetzt ganz hervorragend. Und ich freue mich schon aufs nächste Jahr wieder in Kirchdorf. Dankeschön. Hartles Dankeschön, dass du hier jetzt ganz im Magen mit bist. Und ich weiß jetzt. Ich möchte wieder. Vielen Dank.